also jetzt 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 quatschen die beiden erstmal über neueste spiele geht das war jetzt gut und jetzt gibt es eine runde frühstück zum glück haben wir alles was wir dafür brauchen im kühlschrank du sollst keine bücher kochen du sollst frühstück machen wieso geht das nicht der morgen der ist jetzt immer total hungrig ist auch klar der auch wie nix gegessen deswegen will ich ja weil ich mit dir besser bin mit dem kochen der morgen muss jetzt erstmal auf klo und wir machen jetzt kochen machen mal grillkäse in der familienportion und der morgen ist traurig ok gut dann haben wir uns erst mal am bett aus ich konnte kein frühstück für den mr morgan machen es ist so traurig ja morgen geht jetzt erstmal zur arbeit ich muss auch langsam mal zur arbeit gehen schnief 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 also es kommt davon weil ich wahnsinnig bin ok hände waschen ja sind ja auch echt jetzt voll geheult so der morgen ist es erstmal normal arbeiten aber ich müsste noch irgendwie langsamer musst du nicht langsam mal zu deiner karriere gehen an 30 minuten erst ok dann ruhig arbeiten lassen bei promis ok ja irgendwie muss noch hinkriegen dass der mor sich mal ein bisschen was zu essen macht weil sonst verhungert der hier uns irgendwann und in 30 minuten muss auch ich zur arbeit deswegen brechen wir jetzt mal das sims forever spielen ab dass du auch schön fleißig zur arbeit gehst so weil wir brauchen echt kohle dass wir unseren haushalt hier erweitern weil dass wir auch hier ein schlafzimmer für die more game noch kriegen ach ja jetzt gehe ich auch zur arbeit sehr gut wir können jetzt ja mal dabei stalken und wieder zur arbeit gehen als live chat berater ok ok meine gefühle sind mir gerade sehr sehr wechselhaft ach so ja weil ich jetzt ja sehr gut die zeit geht echt schnell rum während das man auf arbeit ist wo richtig viel gut verdient der morgen kommt jetzt nach hause komm johnny more game du kochst jetzt noch mal was und zwar noch mal den grillkäse für die drei simoleons hier und wir können euch noch ein noch ein zweites bett kaufen ne du machst erstmal jetzt was zu essen hier mohr so gibt hier für euch alle grillkäse zu essen und ich kann mal den baumodus jetzt wechseln weil ich glaube jetzt dürfte das noch funktionieren dass ich dem more ein kleines bettchen hier hin baue so genau die reduzierte liege und zwar im schönen ping gibt es jetzt für mr mohr so zack kriegt erstmal da sein eigenes bett kann man dann hier ok ok jetzt gucken wir mal wie das jetzt hier funktioniert ach mohr man sollst ja bloß bloß einen scheiß käse toast machen weil du sowieso schon mega hungrig bist ansonsten rufe ich gleich den pizza lieferdienst mit dir an sieht echt schon wieder kacke aus hier oh ne das wird nix boah er hat was zu essen gemacht mohr hat sich was zu essen gemacht könnt ihr das glauben boah einfach so krass so nach dem essen gehst du direkt mal baden Junge ne weil du stinkst wie ein Iltis es gibt erstmal was zu futtern hier ich bin ja noch auf Arbeit mh lecker 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 Bedürfnisse ja Hygiene ganz achso er hat zwischendurch schon was gegessen achso interessant sehr interessant ja ja Dr. Durbson ich finde echt gutes Geld mittlerweile so brutal was macht Doktor jetzt Doktor hat Bedürfnisse Energie das heißt es gibt für den Doktor jetzt nix zu essen der Doktor geht jetzt erstmal schlafen ja genau Doktor geht jetzt erstmal schlafen so so man harter Arbeitstag ich geh um 18.20 Uhr schlafen weil ich einfach so ne coole Sau bin so und der Moor der geht gleich erstmal baden vor allem wenn er gleich aufgegessen hat nom 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 ich meine ich brauch hier erstmal die Energie ne brauch erstmal ein bisschen Schlaf vom wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kohle zusammengearbeitet habe kaufe ich dann auch noch einen zweiten Tisch und noch einen zweiten Rechner dass die auch mal beide dann ein bisschen zocken können aber so wie du stinkst alter gehst du jetzt hier erstmal schön baden so wer wollte den Moor alles schon mal nackt sehen na dann guckt ihn euch an hier der Moor im Close-Up so dass er sich nicht mehr so rumstinkert so und dann geht der Moor danach äh musst du schon schlafen Moor? nö du musst noch nicht schlafen das heißt du gehst danach erstmal ne Runde Sims Forever spielen heute geht heute geht keiner mehr von euch hier auf Party ihr seid jetzt hier in der Arbeitswoche oh sind sie nicht süß die beiden der eine so am baden so ich ich beschleunige hier mal das ist hier ein bisschen so ne ich glaube heute gehe ich mal mit dem Doktor ein bisschen auf Party-Laune hier ich glaube ich bestelle dir mal heute einen Drink nach dem anderen oder ne ich glaube die müssen echt schon wieder dann ich weiß nicht kann man das machen? irgendwie sehr krass so oh so Moor ist noch am äh Moor ist am zocken ich bin am schlafen das sieht doch je nach jeder Menge Spaß aus so jetzt habt ihr so Bedürfnisse hier ein Ofen kaufen das können wir noch nicht machen ein Instrument spielen ich hab leider keins obwohl ich kann ja mal gucken ein Instrument spielen will der Moor ähm kann man das so im Baumodus machen geht das so ein Instrument ne ich glaube das müssen wir uns dann irgendwie anders kaufen äh im Web Anmachsprüche durchsuchen ah hier Bestellung Samen kaufen oder Bücher kaufen ah ok dann würde ich mal eher sagen äh du machst mal im Web Kunst durchsuchen danach was auch immer das Tolles bringen mag für für uns so was sagst du eigentlich jetzt hier gerade bei dir also bei Dr. Durbson kratzt danach schon der Hunger das heißt du machst dir danach erstmal Makaroni mit Käse mhm lecker Makaroni mit Käse ach geil ich penn noch aber die Kohle hat das schon mal abgezogen oder ne wir machen überhaupt nicht hier wir bestellen uns danach ne Pizza Service engagieren nach dem Penn erstmal fett noch ne Pizza in der Nacht bestellen genauso machen wir das so so geht bei Mor noch ab ne der will irgendwie ganz tolle Sachen ein Instrument spielen muss ich erst erstmal eins kaufen Junge wo soll ich denn das hernehmen die Kohle hab ich doch gar nicht jetzt wäre es halt cool wenn man irgendwie noch ein Sim hätte der so ein bisschen Nacht aktiv wäre oder sowas obwohl jetzt auch vom Schlafen ja ziemlich schlecht getimt bei Doktor oh Mor hat auf jeden Fall jetzt Level 2 äh der Videospielfähigkeit erreicht der Johnny Mor Game und er ja will doch ganz dringend mal aufs Klo was machen wir jetzt erstmal so Mor geh erstmal ne Runde kacken bin mal gespannt ob das mit dem Service angeht dann klappt dass ich mir einfach ne Pizza an äh ne Pizza bestellen kann schön spüren und die Hände waschen Mor ja nicht vergessen sehr brav sehr sehr gut gebannt warte ich bis Doktor mit dem Pennen fertig ist oh der Mor will jetzt auch pennen ah er geht auch direkt in das richtige Bettchen dafür oh er hat Schlafschülchen und träumt von ein Quantum Pro und vom Schwert im Stein Pizza Service ich will ne Käsepizza was zur oh mein Gott nein ich rufe jemanden an es ist tief in der Nacht ich werde dabei sterben ich bin echt mal gespannt ob jetzt wirklich noch ne Pizza Lieferdienst kommt deine Pizza ist unterwegs sie wird bald ankommen ja sehr geil seit derweil können wir mal ein bisschen im Web surfen und Anmarschbrüche durchsuchen ja um uns echt für die nächsten Mädels noch fit zu fit zu kriegen so kann man da sehen was hier für fette Anmarschbrüche es sieht echt aus wie Google ach wie geil ja die besten Anmarschbrüche sieht aus wie so ne wie so ne Abzockwebseite man so ganz viel Geld bezahlt ich bin mal gespannt so tief in der Nacht bis hier irgendwann mal ne Pizza kommt aha der Doktor will jetzt jemanden küssen ne machen wir nicht schön ist auch dass der Morgan einfach hier in der Küche pennt ja ihr seht unser Haushalt der ist hier noch ziemlich am Anfang langsam kriege ich hier auch Hunger die Pizza müsste jetzt echt mal kommen nein du machst jetzt keine Cerealien nein keine Cerealien Alter ich hab dir ne Pizza bestellt die müsste bald kommen mitten in der Nacht hier mach mal lieber weglegen genau ab in den Kühlschrank mit den Cerealien brauchen wir jetzt nicht die Pizza kommt gleich kann man das irgendwo nachsehen wie weit so diese diese Welt-Events sind der Mr. Morgan pupst erstmal ob diese Pizza noch jemals ankommen wird wir setzen uns erstmal so lange hin nein keine Cerealien essen weg damit nicht so was ungesundes essen lieber auf die gesunde Pizza warten lecker Käsepizza die bestimmt gleich kommt ja ich weiß du bist voll am Ende und so aber wir haben doch die Pizza jetzt schon bestellt wer verständlich die Cerealien essen will nein also du isst die Cerealien nicht das muss erst mal so ein Frustschiss ablassen ja jetzt jetzt habe ich voll Hunger also der Doktor und geht jetzt erstmal voll provozieren in Foren ey geht gar nicht hier ey voll Hunger und deswegen erstmal Levelaufstieg in in der Schelmfähigkeit Alter wann kommt denn diese scheiß Pizza die ich bestellt habe kommt die erst irgendwann im nächsten Jahr oder was auf jeden Fall kommt die irgendwie nie mehr an ja okay gut dann ist jetzt halt die blöden Cerealien wenn die scheiß Pizza nicht kommt dann ist halt die Cerealien okay jetzt kommt die Pizza wisst ihr jetzt kommt die blöde Pizza dafür freut sich der Morgen eben geht direkt zur Arbeit der Pizzamann steht irgendwie vor der Tür jetzt gibt es jetzt gibt es die Pizza die kam ganz schön spät ne also deswegen gibt es für dich keine Pizza mehr so bezahlt haben wir so trotzdem wie liegt es einfach vor der Tür ne da können wir heute Abend wenn man nach Hause kommt von der schweren Arbeit erstmal ne lecker Pizza essen und noch eine noch eine Milch trinken steht alles vor der Tür rum ja so läuft das hier bei den Sims ich würde sagen wir machen jetzt auch erstmal ne runde Pause würde ich sagen für diese Folge ja wie immer dürft ihr mir gerne eure Tipps und Kommentare in die Kommentare schreiben und ich hoffe hier dass ich das alles noch ein bisschen ähm außergewöhnlicher hinkriege ist ja noch am Anfang also das Haus wird auf jeden Fall noch größer ich versuche da noch ein bisschen Schwung in das Leben der beiden Reihen zu bekommen ähm ja aber läuft ihr bisher ganz gut muss ich sagen also ich bin schon relativ zufrieden und hoffe mal dass das auch noch weiter geht in diesem Sinne bis zum nächsten Mal haut rein BB euer Hiyuga bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal